So, weiter geht's mit Hogwarts Legacy. Wie gesagt, ich muss ein bisschen vorbereiten, deswegen ein bisschen für die Zorrefolge. Normalerweise habe ich kein Problem, mit einer Mission reinzupacken, aber diesmal wäre mal so ein bisschen... Genau, ich erinnere mich, hier sind wir nämlich durch. Okay, perfekt. Dann bin ich wieder auf dem Punkt, wo ich... sind wir wieder auf dem Punkt, wo wir nämlich waren. Guck mal hier gerade im Schnee noch was. Guck mal, oh, ein Hochland. Der... Genau, hier nochmal. Hier sind wir richtig. So, jetzt habe ich das Viech. Zumindest dich. Wir müssen das andere nicht, dass ich da... So, was, größer und größer hier noch. Im Moment bist du noch. Oh, ein Halt 2. Wir haben sie. So, jetzt sind wir hier abgestürzt. Jetzt muss ich gucken, wie ich darüber komme, oder? Ja, was? Ja, ich glaube mal. Das stimmt hier irgendwo. Verspürst du, dass wir hier verschwinden, dass wir jetzt? Genau. Dann machen wir hier weiter. Dann machen wir hier weiter. Ist er da hoch, oder? Ja. Oh. Du bist King, oder war es hier? Mr. Big Boss? Ja. Pitmbatris. وب Ja. ... Nichts, li. Lauf Maurice. Nichts. Alles , Das war's für heute. So, Rissi ist weg. Ich glaube, ich habe irgendwas gerade an der Herausforderung geschafft. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Aber wieder Level 22. Perfekt, das war der Gedanke dahinter. So. Ah, die kommen wir doch zu stellen, die Dinger. Warum eigentlich immer? Spielfunktion, warum habe ich denn was? Können wir links? Aha. Okay. Halt, da hängt auch noch was. Ich vermute, sie sind auf dem richtigen Weg. Ähm. Okay, da müssen wir schon mal rüber. Das wird wahrscheinlich machbar sein. Oh, das war keine Absicht? Nein, nein, nein! Man sollte sich niemand zu sicher sein für irgendwas. Scheiße. Warte mal, hier hast du Futter... Ist das richtig, dass ich hier oben was? Warte mal, hier hast du Futter... Ist das richtig, dass ich hier oben was? ich habe das gefühl diese hausse ist wenn der meister die große spinne zu stark dass der meister täuscht hat diese strafe verdient das finde sich schwach schläfrig topspuss alleingelassen mit den spinnen irgendwas gut okay ziele sieg von seinem freund super ich sage mir noch weiteres blute bin möglich der blutwegelsaft aber kurz kann ich jetzt so wie hoch oder dass ich das tor zu stellen kann ich weiter machen kann da unten ist irgendwo ein tor, muss ich da, muss ich irgendwo ran da unten ist irgendwo ein tor, muss ich da, muss ich irgendwo ran ja ja, so wirklich lohnt sich, hat es gelohnt uns nicht, aber es hat sich ein bisschen ein bisschen ich muss mal gucken, wie ich da rauskomme wieder, ist die Nummer da kann ich mich reporten ja ok das ist gut, ah, das heißt wir kommen, ok, perfekt das war genau der Weg, der ich, der Gedanke, den ich haben wollte, ob wir hier weiterkommen ok, perfekt, dann haben wir das auch zumindest so, jetzt muss ich kurz hier raus, irgendwie wieder dort jo gut, jetzt müssen wir mal rüber, jetzt können wir nämlich auch wieder reisen dann gehen wir da hin dann gehen wir da hin dann gehen wir da hin so, dann machen wir mal zurück zu Dick nein, ich will nicht so poppy eigentlich will ich zu Dick so haben wir denn da ist Dick da ist Dick Ich bin zurück aus der Höhle, Diek. Wunderbar. Diek hofft, Sie haben Tops von Diek gegrüßt. Tut mir wirklich leid, Diek. Aber Tops ist tot. Er scheint den Spinnen letztendlich zum Opfer gefallen zu sein. Oh nein, das hat Diek befürchtet. So lange allein in der Höhle. Armer Tops. Diek und Tops hatten einst denselben Herrn, als er starb. Wurden wir getrennt. Diek wollte immer, dass Tops auch nach Hogwarts kommt. Diek ist froh, so netten Hexen und Zauberern wie ihnen dienen zu dürfen. Diek wird seinen Freund vermissen und mit schweren Herzen auf ihn anstoßen. Hm. Es tut mir so leid. Es tut mir wirklich leid um deinen Freund, Diek. Danke. Sie sind sehr freundlich. Diek braucht etwas Zeit zum Nachdenken, wenn das in Ordnung ist. Klar doch. Und damit haben wir diese Mission abgeschlossen, oder diese Quest abgeschlossen, heißt es ja. Und in der nächsten Quest treffen wir uns mit Poppy Sweeting. Hmm. Hm. Bis zum nächsten Mal.